Vielen Dank telegar.io für das Sponsoren dieses Videos. In diesem Video erzähle ich euch über Telegram und wie ihr euer Unternehmen mit Hilfe dieses Messengers fördern könnt. Nils, deine Freundin hat mir erzählt, dass du kein WhatsApp mehr benutzt. Woran liegt das? Das ist wahr. WhatsApp speichert einfach zu viele von deinen Daten. Ich bin jetzt auf Telegram umgestiegen. Was ist denn Telegram? Telegram ist heutzutage einer der populärsten Messenger. Viele benutzen Telegram als Alternative zu WhatsApp oder zum Facebook Messenger. Telegram ist heutzutage einer der populärsten Messenger. Viele benutzen Telegram als Alternative zu WhatsApp oder zum Facebook Messenger. Gibt es denn auch genug Leute, die man über Telegram erreichen kann? Ja, alleine letztes Jahr haben sich über 500 Millionen neue Nutzer bei Telegram angemeldet. Nicht schlecht. Und bei Telegram kann man sich gegenseitig Nachrichten schicken, richtig? Nicht schlecht. Und bei Telegram kann man sich gegenseitig Nachrichten schicken, richtig? Nicht nur das. Telegram kann man auch benutzen, um für sein Unternehmen zu werben. Du hast doch eine Sprachschule, richtig? Nicht nur das. Telegram kann man auch benutzen, um für sein Unternehmen zu werben. Du hast doch eine Sprachschule, richtig? Ja, genau. Wir helfen Leuten dabei, Deutsch zu lernen. Perfekt. Dann könntest du auch Telegram als Plattform benutzen, um neue Kunden zu gewinnen. Und wie genau funktioniert das? In Telegram kannst du Kanäle erstellen und dort Beiträge posten, die für die Teilnehmer interessant sind. In Telegram kannst du Kanäle erstellen und dort Beiträge posten, die für die Teilnehmer interessant sind. Du kannst zum Beispiel einen Kanal zum Thema Deutsch lernen erstellen und dort Tipps und Tricks posten, die den Leuten helfen. Wenn du genug Teilnehmer hast, kannst du in dem Kanal Werbung für deine Sprachschule oder andere Produkte wie zum Beispiel Online-Kurse zum Thema Aussprache posten. Wie cool! Gibt es noch andere Möglichkeiten, mit Telegram Geld zu verdienen? Ja, die gibt es. Du kannst auch mit Telegram Bots arbeiten. Telegram Bots sind spezielle Konten in Telegram, die eine automatische Versendung von Nachrichten ermöglichen. Die Bots kannst du als Brücke zwischen dir und deinem Publikum benutzen. Die Nutzer können mit den Bots interagieren und du kannst automatisch Nachrichten wie zum Beispiel aktuelle News aus Deutschland verschicken. Das klingt irgendwie sehr kompliziert. Gibt es denn auch eine Möglichkeit, das Ganze einfacher zu gestalten? Ja, die gibt es. Um effektive Werbekampagnen zu starten und Geld auf Telegram zu verdienen, empfehle ich dir die Werbeplattform Telega.io. Was genau ist Telega.io? Lass es mich dir kurz erklären. Komm mit. Ok. Telega.io ist ein großartiges Marketingwerkzeug, das dir dabei hilft, das richtige Publikum auf Telegram zu erreichen und deine Marketingstrategie zu verbessern. Hier sind die größten Vorteile von der Nutzung von Telega.io für dich und dein Unternehmen. Arbeite mit Experten zusammen. Erhalte einen persönlichen Manager. Nutze transparente Analytik. Erstelle Anzeigenbeiträge für alle Kanäle. Sende Beiträge an alle Kanäle mit nur einem Klick. Lasst uns jetzt einen genaueren Blick auf die Telega.io-Plattform werfen. Wir zeigen dir, wie du Kanäle oder Bots für deine Werbekampagnen auswählst. Als erstes musst du dich anmelden. Dafür gehst du einfach auf die Website in der Videobeschreibung. Nach der Anmeldung kommst du auf die Profilseite. Dort kannst du aus den verschiedenen Channels und Bots aus dem Katalog wählen. Als drittes klickst du auf den Katalog der Channels. Es gibt verschiedene Filter, die dir dabei helfen, deine Suche zu optimieren. Außerdem gibt es Exklusivkanäle, die mit einem Diamantensymbol gekennzeichnet sind. Das heißt Qualitätskanäle mit einer Abonnentenzahl ab 3000. Jetzt kannst du den Channel auswählen und deine Bestellung aufgeben. Um deine Bestellung abzuschließen, musst du nur die Zahlungsmethode deiner Wahl hinzufügen. Bei Telegram Bots führt man die gleichen Schritte aus. Ihr wählt nur am Anfang anstelle eines Kanals den Katalog der Telegram Bots. Alles klar Leute, so könnt ihr Anzeigen auf Telegram Kanälen oder Bots kaufen und platzieren, um erfolgreiche Kampagnen durchzuführen. Wir hoffen, dass das Video euch gefallen hat.